Die Herzerkrankungen, die mir zu merken, das war am Anfang ganz schwierig, da gibt es ja so viel und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mir die unterteilen und da habe ich dann insgesamt sechs Kategorien gefunden und um mir die besser merken zu können, habe ich dazu mir auch ein Lernwort entwickelt. Das Lernwort heißt Ader-KI, also quasi die künstliche Intelligenz der Ader, also ein bisschen halbsinnvoll, aber es hat mir geholfen, mir das alles zu merken. Was verstehe ich unter Ader-KI? A ist wie Angeborene und Klappenfehler, A wie Angeborene und Klappenfehler. Da sind schon eine große Gruppe von Herzerkrankungen mit drin, bei den Angeborenen, die Tetraphalogie oder wie heißt die, so ähnlich und die Klappenfehler und so weiter. Dann D, habe ich die ganzen Durchblutungsstörungen drin, also da ist natürlich wichtig, Herzinfarkt, Angina pectoris und so weiter und die KHK. Dann E war Entzündungen, das heißt Endokarditis, Myokarditis, Perikarditis. Dann unter R habe ich die Rhythmusstörungen, das heißt Synkopen und Extrasystolen und Tachykardie, Pradikardie und so weiter und natürlich besonders die lebensbedrohlichen Frequenzen, Flimmern und Flattern, sind da unter R wie Rhythmusstörungen. Dann damit habe ich Ader und dann kommt noch K und I. K sind die Kardiomyopathien, wenn der Herzmuskel abbaut, Kardiomyopathien und I sind die Herzinsuffizienzen, also die Herzschwäche, Rechtsherz, Linksherzinsuffizienz und globale Insuffizienz. So konnte ich mir die vielen Herzerkrankungen gut strukturieren, Überblick verschaffen und hatte immer das Gefühl, Thema Herz habe ich im Griff, habe ich alles sozusagen am Schirm und das hilft natürlich auch besonders, wenn du Differenzialdiagnose machst, wenn du einfach weißt, welche ganzen Krankheitsbilder oder Kategorien es zum Thema Herz gibt. Viel Spaß beim Lernen!